Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe es geht euch gut. Heute gibt es von mir ein Naked Haul, wo ich euch einfach mal die Sachen zeige. Ich werde euch die Sachen zum größten Teil angezogen zeigen, aber ein paar Teilen nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach auch direkt an. Und zwar fange ich an als erstes mit diesem Oberteil hier. Das ist so ein Watt & Bandeau Top und zwar ist das hier sehr kurz geschnitten in einem richtig tollen Knallrohton. Und was man hier zu sagen muss ist, ihr habt noch hinten einen Reißverschluss und dieses Oberteil könnt ihr halt super auch anziehen mit Rücken oder mit Jeans und dann abends halt nochmal damit auch schick ausgehen. Ich finde das ist auf jeden Fall ein Hingucker, vor allem von der Farbe her und vom Schnitt. Genau, dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten. Und zwar habe ich einmal dieses Oberteil hier in der Größe XXS. Ich würde es an eurer Stelle auch in kleiner bestellen, weil das fällt halt schon größer aus. Und was ich halt auch sehr besonders daran finde ist das Rückendekolleté. Es ist sehr, sehr tief ausgeschnitten und deshalb ist es halt auch von Vorteil, wenn ihr dieses Oberteil in kleiner holt, weil es dennoch halt ein bisschen Oversize ist. Ja, gibt es bei Naked. Dass das Wetter in Deutschland immer wechselhaft ist, wissen wir alle schon, deshalb habe ich mir trotzdem nochmal einen Strickpulli bestellt mit einem coolen Schnitt. Es ist vorne halt ein bisschen kürzer geschnitten und ansonsten könnt ihr sowas halt auch sehr, sehr gut anziehen mit einer hellen High Waist Jeans. Und ja, musste ich auch unbedingt haben. Ich habe mir diesen Pullover in Größe XXS bestellt und soweit ich weiß, gibt es diesen Pullover auch in weiß und rot. Dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Oberteil und zwar ist es dieses Oberteil hier. Finde ich irgendwie kitschig. Es erinnert mich ein wenig an die 90er. Aber ich musste das irgendwie haben, weil die Farbe erstmal so richtig fresh ist und der Schnitt halt auch sehr schön ist. Wobei ich eigentlich sagen muss, manchmal bin ich immer so zwiegespalten, wenn es um einämmelige Oberteile geht. Aber egal, ich musste das unbedingt haben. Und ich habe mir dieses Oberteil bestellt in Größe 34. Ich habe mir noch einen Top bestellt in Pink und diesen Top habe ich in Größe 32 bestellt, weil ich mir dachte, es passt super zu dieser Hose. Diese Hose habe ich in 34 bestellt. Ich dachte, weil es halt High Waist ist, wird sie sehr klein ausfallen und ich habe immer Angst vor einem Camel Toe. Ihr wisst ja, wie diese Camel Toes aussehen, wenn Hosen zu eng sind. Und deshalb habe ich mir das in Größe 34 bestellt. Aber ich muss ehrlich sagen, ihr müsst das nicht machen. Bestellt es euch lieber in einer kleineren Größe, weil die Hose fällt größer aus. Also ich muss sie auf jeden Fall verkleinern, weil mir ist die Hose einen Ticken zu groß. Und das ist Größe 34, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Also wenn ihr Größe 34 trägt, dann könnt ihr euch auch ruhig 32 bestellen, okay? Für den Sport habe ich mir noch ein vieler Oberteil gekauft. Ich fand den Schnitt halt perfekt. Und ja, beim Sport trage ich halt gerne solche Tops, ne? Ich habe mir noch ein Leopardenbody bestellt. Ich bin immer vorsichtig, was Leopardenmuster angeht, weil es kann sehr schnell billig aussehen. Das habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Haul einmal erzählt. Aber ich dachte mir, das ist sehr, sehr gut gemacht. Und wenn man sowas halt auch schick anzieht abends und richtig kombiniert, kann sowas richtig gut aussehen. Und dieser Body sieht auch wirklich ganz genau aus wie auf den Bildern. Und es sitzt auch wie angegossen. Und ich habe hier bei diesem Body in Größe XS bestellt. Ich habe wieder ein Leopardenmuster und zwar ein Kleid. Es ist ein Wickelkleid. Und ich habe euch das Ganze jetzt nicht angezogen gezeigt. Aber es sieht auch ganz genau aus wie auf den Bildern. Und es sitzt halt auch sehr gut. Gut, ich habe das Kleid in Größe XS bestellt. Und es ist halt mit langen Ärmeln versehen. Und ja, der Stoff ist halt auch sehr gut gemacht. Und halt auch, ja, es fühlt sich halt an wie Satan. Ja. Eines meiner Lieblingsteile ist auch einmal dieser Jumpsuit hier. Es ist so süß. Es sitzt wie angegossen. Sieht aus wie auf den Bildern. Und es ist an den Schultern auch fest. Also es rutscht nicht runter. Das ist halt für mich auch sehr, sehr wichtig. Weil hier auch das Ganze mit einem Gummi versehen ist. Und ja, gerade für meinen Urlaub fand ich das halt sehr schön. Es ist vom Stoff her sehr dick. Ein bisschen. Aber die Qualität ist wirklich einwandfrei bei diesem Oberteil. Äh, bei diesem Playsuit. Oder Jumpsuit. Whatever. Whatever. Und wir haben noch einen Gürtel dazu. Genau. Dann habe ich mir noch dieses Oberteil hier bestellt. Es hat lange Riemchen. Also ich muss halt das Ganze ein bisschen kürzen. Aber ansonsten fand ich das Oberteil ganz, ganz knuffig. Und ja, angezogen muss ich euch das jetzt auch nicht zeigen. Es ist ein ganz normales Rüchenoberteil. Was, wo man sich halt genau vorstellen kann, wie das aussehen könnte. Diese Pantoffeln musste ich auch unbedingt haben. Ich finde auch die cool, weil die halt auch versehen sind mit Perlen. Und ihr solltet halt nur wissen, am Anfang hat es ein bisschen an den Füßen gedrückt. Aber ihr müsst die halt ein bisschen einlaufen. Ansonsten, wie gesagt, sind sie halt sehr gemütlich. Und ja, die mussten halt auch mit. Jetzt habe ich wieder ein Wickelkleid für euch. Und zwar ist es dieses hier. Es ist so schön. Und viele von euch haben mich auf Instagram gefragt, woher ich das Kleid habe. Es ist auch von Naked, aber nicht von der Eigenmarke. Und dieses Kleid ist halt auch eines meiner Lieblingsteile. Ich werde euch einfach meinen Snap ganz kurz hier einblenden, weil ich euch das einfach nicht angezogen gezeigt habe. Und ja, genau. Das wäre auch eines meiner Lieblingsteile. Ich habe mir einmal diese Ohrringe bestellt. Ich weiß, die sind heftig kitschig. Wenn ihr euch die einmal anguckt, die sind riesig in gelb. Aber ich dachte mir, ich muss die mir bestellen. Weil erstens ist das ein Hingucker. Und zweitens wollte ich mal das Ganze für meine Bilder haben. Und das wären einmal diese Ohrringe. Genauso habe ich mir noch diese Coins Ohrringe bestellt. Die fand ich halt sehr schön. Und ich blende euch einfach mal ein, wie das Ganze aussieht. Ich mag sowas. Ich weiß nicht. Ich stehe voll auf große Ohrringe. Deshalb musste ich halt diese beiden Teile auch unbedingt haben. Genau, meine Lieben. Ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon von mir und meinem Fashion Haul. Und ich würde sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.